Hallo bei Arctis.de. Heute zeige ich euch von Mobiletto den Wood Stand für die Apple Watch. Das ist also, wie ihr seht, ein Apple Watch Ständer. Ihr könnt dann ganz normal euer Ladegerät von der Apple Watch einfach eindrücken und das Kabel so seitlich rausführen. Hier seht ihr den Ständer von allen Seiten. Das ist also ein aus einem Stück Holz gefertigter und gebogener Ständer und passt genau für alle Apple Watch Modelle. Das Ladegerät hält auch entsprechend sicher, wenn man es ein bisschen eindrückt. Der Ständer ist eigentlich relativ leicht, sieht optisch sehr schön aus. Einziger Nachteil vielleicht ist es ein bisschen wackelig, aber ich denke mal, wenn man einmal die Apple Watch drauf gestellt hat, bleibt sie dann noch drauf hängen und man wuselt ja auch nicht so viel mit dem Ständer rum. Er sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Hier seht ihr es immer von allen Seiten. Wie gesagt, ein bisschen wackelt er auf dem Tisch. Man hätte das vielleicht noch ein bisschen lösen können, indem man einfach so vier Gumminuppen unten drunter gemacht hätte. Hier seht ihr, da ist nichts drunter, aber könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, noch selber einfach nachkleben. Gibt es ja im Baumarkt und überall, aber geliefert wird er eben so. Jetzt neu auf arktis.de.